Gelingt endlich der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen? Vor einem Treffen zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und Premierministerin May zeichnet sich in Teilen eine Einigung ab. Mehr zum Thema nach dem Brexit. Schließt Irland nach Brexit wieder ihre Grenze? Laut Medienberichten, so viel müssen die Briten jetzt zahlen. Regierungskrise, Irlands Vizeministerpräsidentin tritt zurück. Die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wollen eine Zwischenbilanz zu den Brexit-Gesprächen ziehen. Bei dem Mittagessen in Brüssel soll May klarstellen, zu welchen Zugeständnissen Großbritannien bei wichtigen Fragen des für 2019 geplanten EU-Austritts bereit ist. Wertet die EU-Kommission dies am Mittwoch offiziell als ausreichend, könnten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs kommende Woche die Ausweitung der Brexit-Verhandlungen einläuten. Der britische Außenhandelsstaatssekretär Greg Hans forderte, von dem Treffen müsse das Signal ausgehen, die zweite Phase der Austrittsgespräche einzuleiten, also Gespräche über die Gestaltung des künftigen Handels zwischen der EU und den Briten. Die Briten erwarteten, dass der Europäische Rat Mitte Dezember den Anstoß für die Verhandlung der neuen Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU gebe, sagte der Tory-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Klarheit ist absolut notwendig. Ich denke, wir sind in einer guten Ausgangslage dafür. Streit um Abschlussrechnung Mai steht unter enormem Druck. Sie hat angesichts ihrer hauchdünnen Mehrheit im Parlament Revolten von mehreren Seiten zu fürchten. Zudem bereitet ihr ein Skandal um ihren Stellvertreter und Kabinettschef Damian Grin Probleme. Gegen Grin läuft eine Untersuchung wegen Belästigungsvorwürfen, zudem soll auf einem seiner Dienst Rechner Pornografie entdeckt worden sein. Grin streitet alle Vorwürfe ab. Die britische Premierministerin Theresa May wird von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker begrüßt. Juncker und May besprechen, ob die bisherigen Fortschritte ausreichen, um die Gespräche Mitte Dezember auszuweiten. Quelle Deutsche Presseagentur Vor dem Treffen mit May stimmt Juncker mit dem Europaparlament eine gemeinsame Verhandlungslinie ab. Mit den Parlamentariern will er unter anderem besprechen, welche Garantien Großbritannien für die dort lebenden 3,2 Millionen EU-Bürger abgeben muss. Auch die Schlussrechnung Großbritanniens für die während der EU-Mitgliedschaft gemeinsam eingegangenen Finanzverpflichtungen dürfte noch einmal Thema sein. In beiden Fragen hatte es nach EU-Angaben Bewegung in den Gesprächen mit London gegeben. Druck auf May ungeklärt war indes bis zuletzt, wie eine feste Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland nach dem Brexit vermieden werden kann.